Hi Leute, wie geht's euch so? Ich hoffe die Folge 100 von Let's Play Legion of Legends hat euch gefallen, die beim letzten Mal da war. Und ich hoffe auch der Schnitt hier von der eigentlichen Champion Runde jetzt hat euch nicht so sehr geärgert. Denn jetzt geht's wieder nochmal weiter. Folge 99 war das erste Dominion, jetzt geht's weiter mit dem zweiten Dominion. So und wir laden hier jetzt einen Darius. Wo ist der denn? Da ist er. Hallo. Wenn du bist bereit zu verlieren. Dieses Mal. Nein, dieses Mal werden wir gewinnen. Ich werde aber wieder nicht am Tower kämpfen. Ja, das hast du nicht gemerkt. Naja. Er hätte echt Recht gehabt. Wer war es? Amomo, glaube ich. Er hat Recht, aber auch Unrecht gehabt. Nein, nein, nein. Er hatte Recht. Er war aber auch so sturköpfig, dass er uns nicht geholfen hat. Ja. Hätte er uns geholfen, dann hätten wir es trotzdem gewonnen. Und wenn wir auf ihn gehört, hätten wir auch gewonnen. Das schon, ja. Lass nichts zurück. So, Olaf. Und Olaf. Und dann hier noch erschöpfen und entzünden. Ich glaube, ich nehme Timo. Timo, cool. Der Rankable Bot. Passt. Deswegen nehme ich Timo. Ich glaube, ich habe noch nie einen Renger Bot gesehen. Bin ja mal gespannt. Boah, ich habe mal ein Spiel gehabt. Ich weiß nicht, ob ich das aufgenommen habe. Ich glaube nicht. Da war auch Dominion. Und in meinem Team war Timo mehr Bot. Und im gegnerischen Team die Leona, gell? Ja. Und die Leona, die hat den Timo mehr so fertig gemacht, der hatte noch halbes Leben und hat anschließend den Turmbot von uns eingenommen. Passt du? Ja, nein. Die Leona gehört ja zu den Gegnern. Sorge du, passt die? Nein, passt nicht. Und ich habe mal die Items von ihr nicht angeschaut. Es ärgert mich, weil ich hätte schon gern gesehen, was sie so kauft, dass sie so imber ist, gegenüber Trindermeer. Und das im 1 gegen 1. Ja. Ich meine, ich habe keine Ahnung, was sie da für Items gekauft hat. Das war schon Hammer. Hätte ich mir echt unbedingt anschauen müssen. Ja, mich schon ein wenig. Tja. Hm. Oder der Trindermeer war einfach nur der übelste Noob. Das kann auch sein, das weiß ich nicht. So, aber auf jeden Fall geht es jetzt dann gleich los. Und wir sehen uns dann gleich im Ladebildschirm. Gut, Leute, dann stellen wir doch mal die Gegner vor. Oder willst du das mal machen, Darius? Ähm, ja. Ähm, Gegner. Einmal Quarki. Wie spricht mir das aus? Senjuani? Ich sage da mal Senjuani. Ivana, Wayne und Rengar. In unserem Team, der Twisted Fate, der Rengar, die Casuepa. Casupeia. Dammt. Ich weiß auch nur, wie man es ausspricht von einer Fernsehserie, die ich mir früher gern gesehen habe. Ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißt. Olaf und der, äh, sag ich, Analphabeten-Themo. Analphabeten-Themo. Kann ich lesen. Ja, du bist es bloß an euch geübt. Und du kannst ja auch, äh, nur Englisch als Fremdsprache. Ich kann zusätzlich noch Französisch und, äh, hab da doch auch, äh, mehr Kenntnisse im Aussprechen anderer Wörter, sag ich jetzt mal. Bin darin halt besser geübt. Ich hab halt nicht nur Deutsch, Englisch, so wie du, sondern auch noch Französisch, äh, Aussprachen. Ich kann noch Bayerisch. Ja, toll, kann ich auch. Das kann ich auch. Great Staphy. Aber sowas von. Ein Grutze, Fixe. Möse doch mal, auf, das machen, oder? Ja, mal schauen. Lieber nicht kann es losgehen. Lieber nicht. Was kann es losgehen? Ja, sind alle auf 100%. Ah, und es geht auch schon los. Dann skillen wir doch mal. So, und jetzt kaufen. Zack. So, und dann verdecken wir mal diesen kleinen Zwerg hier. Oh, Mist, jetzt rennt er weg. Der scheiß Olaf, ey. Cassie Paya will Mitte nehmen. Ich, ich sage voraus, äh, Olaf wird sterben. Ich sage voraus, äh, Timo würde überleben, aber nur weil er unsichtbar wird und alle durch ihn durchrennen. Ich glaube, das war so geil. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir das aufgenommen haben. Haben wir das aufgenommen? Keine Ahnung. Ich glaube, doch, ich glaube schon. Das war nämlich im 5.5er. Da warst du Timo, was du von sich war, und alle 5er durch dich durch. Das war da, wo sie es gemeint haben, ich bin so schlecht. Genau. Und dann war ich zum Schluss voll overpowered. Genau. Und wir hätten fast gewonnen. Oder haben wir es sogar gewonnen? Ich weiß es nicht mehr. Was sagt er eigentlich im Chat? Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, dass ich es geschafft habe. Es ist speziell mit anderen Rangern. Also unser Rangern glaubt, er ist weitaus besser als der gegnerische Rangern. Zumindest lese ich das hier so raus, wie aus seinem... Ah, Timo ist erster. Ja. Puh. So, Juvana ist bot. So, Juvana, und Angriff. Ja, 2 erwischt. Da war der Rangar. Nein, 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 nein. Ach komm, er ist eben direkt vor die Schnauze geflogen und hat den Tottenzimmer nicht abgebrochen. Was? Scheiße. Nein. Du bist doch gestorben. Oh, und hast du sogar deinen Blitz geopfern, oder wie? Ich wollte mich wegblitzen. Hat er den Blitz noch gezählt, oder nicht? Ja. Ihr macht echt schlecht damage. Ich hab genügend damage gemacht. Ich hatte fast, äh, die Szechuanne gekillt. Und, also, halbes Leben weggehauen und war dann selber ziemlich tot. So. Rangar hat, hat unseren Bot noch. Der ist aber auch schon einmal verreckt. Weiß ich nicht. Achtung, Korki, von unten. Ja, ich hab's gerade noch gesehen, danke. Und Rangar, Alter. Auf Rangar. Ich sollte abhauen. Wir sollten alle abhauen. Ja. Oh, fuck. Wir schaffen drei gegen, äh, vier gegen fünf nicht, ey. Was, vier gegen fünf? War eine Sprache. Wir waren vier gegen fünf, ja gut. Die andere ist erst zum Schluss dazugekommen. Was zur Hölle. Was hat der Korki da gemacht? Nein. Scheiße. Der hat das schon wieder gemacht. Ich weiß gar nicht, was das war. Aufgenommen sind wir irgendwie voll schlecht. Phosphorbombe. War das, glaube ich. Ja, jedes Mal, wenn wir aufnehmen, haben wir irgendwie schlechter. Das kommt schon hin. Ja. Letztens auch. Haben wir verloren. Ein Spiel drauf, gleich gewonnen. Ja, genau. Das war. Stimmt. Da haben wir, glaube ich, drei Spiele aufgenommen. Oder vielleicht sogar vier, ich weiß nicht mehr. Alle verloren und dann, ohne Aufnehmen, das nächste, für den ersten Sieg des Tages gewonnen. Rangar ist schon wieder gestorben. Was zur Hölle. Nein. Wo denn? Sag heute was. Ich war direkt unter dir, also da in dem kleinen Busch. Da haben zwei gewartet. Wenn ich das sehe. Du musst aufpassen, da wo die Vayne ist, da ist der Rangar auch noch. Und die Shyvana vom Bot. Ich komme. Rangar wurde gekillt. Kassio Paya war auch. Komm schon, Gift. Schade. Geh mal schnell weg. Jo, mach das. Death hier. Hä, hä, hä. Die soll sich verpissen, ey. Schon. Geh lieber zurück, hast recht. Twisted Fate ist der Links. Da ist keiner. Da ist auch keiner. Aber ich bin nicht letzter. Hey, ich habe zwei Kills. Dann habe ich einen Diegen gemacht. Ja, ich habe zwei Kills. Ich habe zwei Kills. Zwei Kills? Was denn die hier? Ja, das frage ich mich auch. Hä, hä, hä. Oh, die Vayne. Lauf, geh mal auf. Ich schau mal, dass ich hier Erde das Leben holen kann. Nein! Mist! Killed ihn, oder? Twisted Fate hat ihn gekillt. Aber wir haben den Ding eingenommen. Ah Mist, aber Shibana hat einen Bot gerade ein, glaube ich. Ja. Ja, aber knapp. Naja... Ist doch nicht so gut unser Rengar. Ich hoffe, er nimmt den jetzt ein, weil Shibana ist eh so gut wie tot gewesen gerade. Die wird wahrscheinlich zurückgegangen sein. Ah, und unsere Kassiapaya ist in eine Falle gelaufen. So, gleich bist du nicht mehr alleine oben. Ich komme dir zu Hilfe. Wow, jetzt kriegst du auch noch den Kill für Corki, oder? Ernsthaft? Oh, ich will abhauen. Wir sind fast totes. Ja. Sind wir. Aber ich versuche so viel Schaden zu machen wie möglich. Oh mein ey. Das liegt an den Aufnahmen 100 pro. In der Meinung bin ich auch. Aber wir waren auch gerade 2 gegen 3 nur und du warst schon fast tot. Also das ist... Wo waren die anderen beiden eigentlich gerade? Tot. Tot. Ach stimmt, die Kassiapaya ist ja in eine Falle gerannt. Und die macht jetzt den gleichen Fehler nochmal. Die rennt alleine nach oben. Ja gut, noch ist sie nicht tot. Da ist der Rengar drin. Ich habe gerade noch gesehen. Park unten wird auf. Unten wird eingenommen ey. Ah, schon wieder diese Rengar. Also jetzt sind 3 unten ey. Mit mir. Echt? 3? Ja, zum Blitzimmer. Aber ich lauf jetzt hoch. Was zur Hölle? Die haben mich voll fertig gemacht. Rengar will mit dir tauschen. Werde seine Schaden. Ja. Also wieso machen die so... Der Rengar. Der gegnerische Rengar, der ist ja übelst. Der hat in 5 Sekunden über 1000 Schaden rauskaut. Und 800 davon mit normalen Angriffen. In 5 Sekunden. Das waren 3, vielleicht 4 Angriffe gewesen. Das heißt. 200 Schaden pro Angriff. Was soll der Scheiß? Oh, die glaube ich ist echt hart, die Shyvana. Echt? Das ist für dich auch schwer. Ja. Die drückt gut Schaden an meinen Minions. Ich spüre einfach auf... auf der Range. Jo. Wow, was ist denn da oben los? Verdammt. Nein! Mist. Oh Mist. Total vergeigt. Total vergeigt. So dann. Ja, das ist echt bad. Ja. Ja. So, aber den Kimmer jetzt. Schau, wieso ist die plötzlich so schnell? Werfen wir hier mal schnell beim Einnehmen? Der Castropaya kommt hinterher. Ich nicht. Also SS-Bot, gell. Kann man mal so sagen. SS-Bot. Also Shyvana ist weg. Okay. Alter, dieser Rengar, der macht so viel Schaden. Er ist wieder da. Dieser Rengar. Der ist unglaublich, wie viel Schaden der macht. Oh Mann. Schon? Nein! Ah geil, ich hab sie gekillt. Du hast sie gekillt? Jo. Wir haben den Bot grad Top schon wieder vergeigt. Oh Mann. Dieser Rengar, der ist unglaublich stark. Also. Ich hole jetzt Bot. Mach das. Aber faktisch, Shyvana legt schon wieder. Ich hoffe, ich kann es davor einnehmen. Das ist zur Helle. Auch dieser Korki macht übrigens Schaden. Nein, Mist. Der Turm hat mich noch erwischt. Ich glaub, so schlecht war ich mit Olaf in Dominion noch nie, oder? Also mir geht es unten ganz gut, muss ich sagen. Ne, ohne Scheiß. Ja, wir haben gleich verloren. Wir haben nur noch 50 Punkte. Aber diesmal bin ich nicht aktuell offensiv daran schuld, wir sagen. Verstehst? Aktiv daran schuld. Aktiv, genau. Mhm. Ne, daran schuld sind vor allem Rengar, würde ich meinen. Und zwar der Gegner, weil der so übelst viel Schaden macht. Oh, verdammt. Was soll der Scheiß? Oh. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist echt... Ein schlechtes Spiel. Ein sehr, sehr schlechtes Spiel. Das macht nicht mehr Spaß. Ne. Jetzt haben wir... Der scheiß Korki drückt auch so viel Schaden oder so. Ah, hab ich auch schon gesagt. Ah, ich hab'n weber Raketen hat der Büchser. Ich hab' keine Ahnung. Ich hab' gerade Doppeltötung gemacht. Ich hab'ne Dreifachtötung? Wie geil! Ahaha! Na ja. Also das hätte ich jetzt... Das war jetzt schon geil, die Dreifachtötung. Das war jetzt schon geil, die Dreifachtötung. noch. Naja, wir sind uns auf jeden Fall gleich in der Zusammenfassung. Dann, Leute, wollen wir doch mal lesen, was die hier im Check-Zo geschrieben haben. Der gegnerische Ranga meinte, einmal 3-a-week Ranga, das heißt, er hat Ranga gar nicht, er benutzt ihn bloß, weil er gerade frei zu spielen ist. Unser Twizzle-Fedman, my game throws up with a lag about 10 times. Also er hatte 10 mal lag, wo er wirklich den kurzen Standbild hatte. Und, ja, das war's eigentlich. Die Shyvana well played hat der gegnerische Ranga noch gemeint. Ja, war einfach ein scheiß Spiel. Alter, ich war so schlecht und bin erster. Wie habe ich das geschafft? Ja. Da müssen die anderen ja noch schlechter gewesen sein als ich gerade. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie gebe ich... Jetzt fand ich mich schon unter aller Sau und dann müssen die ja noch schlechter sein. Alter. In dem Fall kann ich aber keinen von... Ja, gut, dich ehre ich. Chemiel. Ja, weil du hattest mit Shyvana ein sehr leichtes Spiel und obwohl der Ranga... Wie oft ist er denn gestorben? Ungefähr neun Mal, äh, gut, sag mal sechs, sieben Mal bei der Shyvana übelst vergeigt hat. Ja. Ähm, bei den Gegnern ehre ich den gegnerischen Ranga, weil der war echt... Der hat Schaden rausgeholt ohne Ende, der war so super. In meinem Spielverlauf sieht man direkt, wo wir aufnehmen. Hä, ist es dann jedes Mal verloren, oder was? Verloren, 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 gewonnen, verloren. Okay. Hoffentlich ist es richtig mal mehr Glück. Ja, beim nächsten Mal haben wir dann Aram, deine Lieblingskarte. Ja. Da haben wir dann hoffentlich besser. Vor allem müssen wir dann gewinnen, weil ansonsten bist du bei deiner Lieblingskarte ja auch sauschlecht. So. Dann werden wir verlieren. Naja. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.